Willkommen, ich zeige Ihnen heute eines meiner Lieblingssofas von Tommy M, Tommy Machalke und zwar das Sofa Marriott als Viersitzer in Leder, Wild Anilin Dirty White, ein ganz tolles Leder, wildes Anilin Leder mit einem reinen Finish, kleinen Ölfinish drauf, in einem gebrochenen Weißton, der einen leichten Blößtich hat. Diese Kissen haben wir draufgelegt, die gehören nicht dazu, können Sie bei uns aber auch kaufen im Shop, macht das Ganze wohnig und zeigt, dass Sie hier mehr Tiefe haben. Sie haben hier mehr Tiefe zum Sitzen, mit diesen Lendenwirbelkissen haben Sie dann auch mehr Unterstützung. Das ganze Ding ist soft, 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 soft gemacht. Sie können hier alles abnehmen, die Sitzkissen, die Rückenkissen, Sie haben hier mega viel Platz, Sie brauchen auch Platz, 2,80 Meter am Stück. Sie können natürlich hier sitzen, liegen, lümmeln, ich zeige es Ihnen wie immer. Brauche ich kein Bett mehr, kann ich gleich liegen bleiben. Ein repräsentatives Sofa, hier dazu kombiniert, vielleicht noch ein Hocker oder zwei, haben wir auch dazu passend. Oder einen ganz anderen Sessel, einen Relax-Sessel, eine Liege und Sie profitieren durch kreative Einzelstücke. Okay, Marriott ist was für Wohnfetischisten, für Ästheten, für Leute, die es klassisch kubisch wollen, die ein großes Megasofa wollen und einen besonderen Leder. Das ist dieses Sofa für Sie. Wir werden sehen. Dankeschön und tschüss.